Du musst Fullcam machen, Digga, es ist scheißegal, Freunde, weil wir eh schon verkackt haben. Es nervt mich gegen diese deutschen Stream-Sniper zu spielen. Die Krise ist verfütternd. Leute, wir hatten davor das Gespräch, wer einen Kampf gewinnen würde. Guck mal, wo er ihn schlägt. Hä? Was war das? Ey, komm, was ist das? Wie schaß das? Nein, ich muss mit der Glatze rasieren, bitte. Oh mein Gott, ich muss mit der Glatze rasieren. Scheiße, nein, 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 scheiße, ich habe nicht damit gerechnet. Nein, Junge. Äh, alleine vorm Tor steht... Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, zwei in einem. Oh mein Gott, oh mein Gott. Was passiert denn hier jetzt gerade? Yo, yo, yo. Hey, was? Hey, was? Was? Hä? Hau das Ding einfach nach vorne. Ey, dein Streik. Ey, U-Pack, wunderbar. Mach ich eh, Junge. Ich bin so gepusht, ich kann mich nicht mehr pushen. Aber dann kommt halt EA, ne? Und macht einfach drei Striche durch die Richtung. Was ist das für ein Scheiß? Und wie kann man dann so ein Jubel nicht skippen? Ja, warum auch? Immer gegen dich, danke. Ja, war gut von ihm, war gut von ihm. Hat er gut ausspielt. Ja, ja, macht er, macht er gut, macht er gut. Pass auf. Boah, wie gut er das macht! Wie stark er, er ist wirklich einfach der bessere Spieler. Krass, wie gut er es gemacht hat, Junge. Also hat er auf jeden Fall gut gespielt. Also hat er auf jeden Fall gut gespielt. Sibala, Klasse, zu viel! Das sieht gut aus! Ah! Komischerweise! Wiss! 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 Digga! Okay, nix. Komm, wenigstens Antje Dino. Da haben wir hin, na? Oh, scheiße, Junge! Was? Juhu! Was? Juhu! Juhu! Was ist das? Nein! Holy shit, Junge! Du bist, Du bist, ich meinst du, bist du. Du bist, ich meinst du. Ich meine, ich meinst du. kontrolliere dich nicht in Ho fifteen. Du hast du einig, aber, wie ist das? Ich meinst du für dich. Ich meinst du, ich meinst du. Ich meinst du... Ich verliere einfach das erste Spiel, ne? Wie soll ich jetzt Wicke nicht spielen, Mann? Guckt mir mal diese Scheiße an, Mann! Die verteidigen alles, Mann! Was war das? Oh, das ist gefährlich, wie er hier reingeht. Die Gelegenheit. Der Vollrückzieher von Cristiano Ronaldo. Please, work out. Nice. Oh, oh, Mann, Fischer, 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 Fischer. Kuleski, 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 Kuleski. Kuleski, 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 Kuleski. Kuleska, Welcome to my Team! Kuleski, 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 Kuleski. Anstoß! Und da ist er wieder! Jehihihi! Dinger! Oh mein Gott, guckt! Walkouts? Oh mein Gott, Eiken! Eiken! Holland! Inverteidiger! Oh mein Gott, Koman! Oh mein Gott, Eiken! Oh mein Gott, Eiken, Digga! Bestes Game! 91er! Oh mein Gott, Jack! Oh mein Gott, oh mein Gott! Oh mein Gott, Eiken, Digga! Oh mein Gott, bestes Game! Ich liebe das Game! Jetzt ist übrigens Ruhe da rum, merkt ihr das? Hat was geholfen? Nein! Nein! Oh mein Gegner ist ein Bastard! Oh! Hä? Hä? Maxi, Klipp! Das schmeckt! Oh! ouuuh! Oh hahaha! Ohn, B Duns! Oha! Oh! Shit! Shit! Was sind das für Picks? Shit! Ding-Bong! Vor dem Spiel gefragt, möchtest du, dass wir nach dem Spiel 14-10 oder 15-9 stehen? Und wo hat sich für das 14-10 entschieden? Komm jetzt! Das ist jetzt ein beschissener Bug. Weil irgendwas stimmt hier nicht. Geh raus! Was passiert hier? Jetzt ist Alessandrini bei mir auf einmal drin! Und Mukiele! Das hab ich jetzt auch gesehen, what the fuck! Kurz geht raus an Viva Deutschland! Ja und schau mal was für ein Tor, ich stimmt jetzt zurück! Ja! Hast du verkackt? Schau mal verkackt! Ich hab nicht Messing gezogen! Es ist nicht Messing und du verarschst eh ein 85er! Oho! Ahaha! Es ist unmöglich! Let's gooo! Ja, silbe dich! Ja, ich geh mal auf! Ich hab nicht mit mir auf! Ich hab nicht mit mir auf! Die sind uns mal in dem Vorstieg, wann immer mit dem Kusschen? Ich hab nicht mit mir auf! Je bin hier! Ich hab nicht mit mir ab! Nein! Das ist ein klar!